Hallo zusammen, ich bin Dallin, ich bin Lerta und ich bin Neo. Wir sind die drei Lehrlinge der PM International AG. Wir zeigen dir heute den Alltag als Kaufmann. Komm mit! PM International ist eins der grössten Direktmarketingunternehmen und Marktführer weltweit in Entwicklung und Vertrieb. Hochwertiger Produkte für Gesundheit, Fitness und Schönheit. Von innen und aussen. Bei uns durchläuft man während der Lehrzeit verschiedene Abteilungen. Ich bin im ersten Lehrjahr und bin in der Stammtatenverwaltung und im Kundenservice tätig. Da lerne ich, wie unsere Kunden und Geschäftsmartner registriert werden und erfasse zügig Erstbestellungen. Ich nehme das Telefon entgegen oder leite sie an die entsprechende Person weiter. Im zweiten Lehrjahr ist mehr Buchhaltung. Da lerne ich, wie Rechnungen gezahlt und gebucht werden. Exakt zum strukturierten Arbeiten ist da von grosser Bedeutung. Zudem bereite ich die Kasse für unsere Mitarbeiter vorbereiten, die monatlich an unseren externen Allais-Produkten verkaufen. In den Lehrjahren bin ich in der Abteilung Marketing und Vertrieb tätig. Einmal im Monat gibt es ein Event, wo wir vom Geschäftshaus organisieren. Im Vertrieb lernst du, wie du alles organisierst, von Anmeldungen bis zur Räumlichkeit reservieren und Job planen. Ich bin auch für den Newsletter mitverantwortlich, wo unsere Geschäftspartner per Mail rausgeht. Im Vertrieb brauchst du vor allem Sprachkenntnis, da wir viel Kontakt mit italienischen und französischen Kunden und Geschäftspartnern haben. Was wir besonders schätzen, ist die Du-Kultur auf allen Ebenen. Die kostenlose Konsumierung unserer Produkte, europa-witte Firmenausflüge und noch vieles mehr, wo du dich darauf freuen kannst. Jetzt hast du einen Einblick in unseren Berufsalltag als Kauf-Mail-Barton. Falls wir dich neugierig gemacht haben, bewält dich doch heute noch. Wir freuen uns auf dich. If I can do it, you can do it.